Warum ist 2024 ein entscheidendes Jahr für die britische Königsfamilie? Wenn Sie sich für dieses Thema interessieren, kommentieren Sie bitte schnell die 1 unter meinem Video. Ich werde zählen, wie viel Prozent der Menschen, die auf meinem Kanal erscheinen, an diesem Thema interessiert sind. Fachleute haben enthüllt, dass König Charles in diesem Jahr fleißig gearbeitet hat, da 2024 ein entscheidendes Jahr für die Zukunft der Monarchie sein wird. Die Rollen der Mitglieder der Monarchie werden sich stark verändern. Insbesondere werden die Verantwortlichkeiten von William und Catherine dramatisch ausgetauscht. Verpassen Sie nicht dieses Video, wenn Sie mehr über die sich entwickelnde Dynamik des britischen Königshauses erfahren möchten. Das britische Königshaus hat in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 viele Herausforderungen und Tragödien erlebt. Nach jahrelangen Kämpfen wirft diese neue Instabilität einen Schatten auf eine Institution, die sich im Allgemeinen als stabil und dauerhaft erwiesen hat. Anfang 2020 verließen Prinz Harry und Meghan Markle ihre königlichen Ämter und verursachten damit einen großen Umbruch. Sie verließen die königlichen Pflichten und zogen nach Nordamerika, was zu familiären Konflikten führte, die bis heute andauern. Die Kommentare des Paares zu ihren Erfahrungen im königlichen Haushalt, insbesondere Prinz Harrys Biografie Spare, enthüllten zuvor verborgene Sorgen. Harrys schockierende Enthüllungen über die Monarchie und seine persönlichen Probleme lösten eine öffentliche Diskussion aus und belasteten die Familienbande. Der plötzliche Tod von zwei wichtigen Mitgliedern verschärfte die Probleme der königlichen Familie. Philip, der Herzog von Edinburgh, starb im Alter von 99 Jahren im April 2021. Er hatte Königin Elisabeth Sissecken fast 70 Jahre lang gedient, sodass sein Tod das Ende einer Ära bedeutete. Das Land trauerte um ihn und die königliche Familie hatte Mühe, ihre Pflichten ohne ihn zu erfüllen. Königin Elisabeth Sissecken starb ein Jahr später im September 2022 und hinterließ die Monarchie erheblich geschwächt. Wir trauerten um sie, weil sie die am längsten regierende Königin in der britischen Geschichte war und für Stabilität und Kontinuität stand. Mit der Thronbesteigung von König Karl Dachre leitete ihr Tod eine neue Ära ein. Karl, der sich ein Leben lang darauf vorbereitet hatte, musste ein trauerndes Land führen und ein Erbe hinterlassen. Die Krönung von König Karl Dachre. Im Mai 2023 war ein bedeutendes Ereignis, aber die Folgen waren negativ. Die königliche Familie hatte in der ersten Hälfte des Jahres 2024 mit mehreren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Krankheiten und Krankenhausaufenthalte von hochrangigen Familienmitgliedern haben gesellschaftliche Ängste und Medienaufmerksamkeit ausgelöst. Vor allem die britische Königsfamilie machte am 17. Januar 2024 eine große Enthüllung, die große Sorgen bereitete. Das Jahr begann für die Monarchie schlecht, denn König Charles Dachre und Catherine, Prinzessin von Wales, mussten sich einer Operation unterziehen. Die Ankündigung der Krankheit von König Charles Dachre in der Presse war offener als die von Prinzessin Catherine, was auf unterschiedliche Auffassungen von öffentlichem Interesse und Privatsphäre hindeutet. Laut BBC stand die Ankündigung der Operation von König Charles Dachre unmittelbar bevor. In der Presseerklärung hieß es, der König lasse sich wegen einer vergrößerten Prostata behandeln, wie tausende von Männern jedes Jahr. Mit dieser ehrlichen Aussage wurde anerkannt, dass dieses Gesundheitsproblem bei Männern weit verbreitet ist und dass eine Behandlung notwendig ist, um es zu entstigmatisieren. King Charles' Operation und Rehabilitation waren für die folgende Woche geplant. Mit seiner Ehrlichkeit wollte er möglicherweise Gerüchte zerstreuen und die Öffentlichkeit aufklären. Die Ankündigung bezüglich Catherine, Prinzessin von Wales, war vorsichtiger. Der Kensington-Palast teilte mit, dass eine Magenoperation geplant sei, nannte aber keine Einzelheiten. Sie wurde am Tag vor der Ankündigung operiert und wird sich bis zum Frühjahr erholen und nicht arbeiten können. In persönlichen Gesundheitsfragen hat sie möglicherweise Fakten zurückgehalten, um ihre Würde zu schützen. Am 29. Januar 2024 verließen König Karl de Arzren und Prinzessin Catherine die Krankenhäuser. Das war eine gute Nachricht, unterstrich aber die gesundheitlichen Probleme der beiden. Zurück in der Heimat hielten ihre gesundheitlichen Probleme an. König Charles, Catherine und Sarah Ferguson unterzogen sich einer Mastektomie wegen Krebs. Nachdem bei dieser Behandlung Krebstumore entdeckt worden waren, wurde ein bösartiges Melanom diagnostiziert. Im Januar 2024 gab sie ihre Melanom-Diagnose bekannt, lobte ihre Ärzte und betonte die Früherkennung. Die Herzogin bedankt sich bei ihrem medizinischen Personal, insbesondere bei ihrem Dermatologen, der die Krankheit nach Angaben ihres Sprechers durch Menschen entdeckt hat. Ihre Ehrlichkeit in Bezug auf ihre gesundheitlichen Bedenken zeige, wie wichtig die Früherkennung und Behandlung von Krebs sei. Diskutieren Sie über Catherine. Es gibt eine Verschwörungstheorie über sie. Nach einer Operation und einer Reihe von schrecklichen Ereignissen, die Anfang 2024 Verschwörungstheorien und öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zogen, wurde Catherine ausgiebig unter die Lupe genommen und verunsichert. Catherines Krebsdiagnose wurde nicht bekannt gegeben, was Bedenken über ihre lange Abwesenheit in der Öffentlichkeit weckte. Nach ihrem Verschwinden am Weihnachtstag 2023 kamen viele Gerüchte auf. Ein bearbeitetes Foto der königlichen Familie wurde am britischen Muttertag verbreitet und veränderte die Situation. Das Bild wurde von der Associated Press und anderen Nachrichtenagenturen entfernt, da es stark digital verändert worden war. Catherine gestand, das Bild bearbeitet zu haben, um das Image der Familie zu verbessern. Die Enthüllung weckte das Interesse der Öffentlichkeit und löste Theorien aus. Die Vorstellung, dass Catherines Doppelgängerin angeheuert wurde, um in der Öffentlichkeit aufzutreten, war berühmt-berüchtigt. Skeptiker behaupteten, dass das veränderte Foto ein Double verbarg, was diese Theorie bestätigte. Catherine ging auch wegen der angeblichen Affäre von William, Prinz von Wales, mit Rose Hanbury. Nachdem sich Prominente wie Stephen Colbert zu Wort gemeldet hatten, nahmen die Behauptungen zu. Diese Mythen werden durch Desinformation und soziale Medien noch verstärkt. Die Desinformationsforscherin Melissa Ryan erklärte gegenüber Wilde, dass sie gelogen und ein manipuliertes Foto verbreitet hätten. Natürlich wird ihre Glaubwürdigkeit darunter leiden. Neugierde und Misstrauen führten zu Verschwörungsideen, sobald die Glaubwürdigkeit verloren sei. Die Angelegenheit spitzte sich zu, als Hanburys Anwälte die Medien und Stephen Colbert verklagten, weil sie die Vorwürfe des Ehebruchs in den Vordergrund gestellt hatten. Ihre Anwälte teilten in Touch mit, dass sie CBS und andere seriöse Medien angeschrieben hätten, um die Behauptung zu dementieren. Diese Klage zeigte, wie ernst die Gerüchte waren und wie sie sich auf die Parteien auswirkten. Mehrere Faktoren haben diese Verschwörungstheorien durcheinander gebracht. Die Zurückhaltung des Königshauses in Bezug auf Catherines Krankheit heizte die Spekulationen an. Die Verwendung eines veränderten Fotos zur Wahrung der Privatsphäre und der Kontrolle ging nach hinten los und untergrub das Vertrauen der Öffentlichkeit. Zweitens war die schnelle Verbreitung von Informationen im digitalen Zeitalter entscheidend. Jede Anschuldigung verbreitete sich schnell in den sozialen Medien. Berühmte Persönlichkeiten legitimierten diese Behauptungen und verkomplizierten die Situation. Das britische Königshaus litt Anfang 2024 erneut unter den Verletzungen und dem Krankenhausaufenthalt von Prinzessin Anne am 23. Juni wurde Prinzessin Anne von dem Kopf oder den Beinen eines Pferdes getroffen und erlitt eine Gehirnerschütterung und andere leichte Verletzungen. Ihre Gesundheit und ihre Genesung waren durch ihre Verletzungen und ihren Gedächtnisverlust gefährdet. Prinzessin Anne hat mit ihrem Engagement und ihrer Geschäftigkeit die königliche Stabilität und Aktivität bewahrt. Von 2021 bis 2023 nahm sie an mehr königlichen Veranstaltungen teil als jedes andere Familienmitglied und arbeitete hart. Durch ihre öffentlichen Aufgaben und regelmäßigen Auftritte war sie für die Teilnahme der Monarchie an der Öffentlichkeit von entscheidender Bedeutung. Die Verletzungen vom 23. Juni waren äußerst besorgniserregend. Gehirnerschütterungen können das Kurz- und Langzeitgedächtnis beeinträchtigen. Die Nachricht, dass Prinzessin Anne einen teilweise Gedächtnisverlust erlitten hatte, ließ Befürchtungen hinsichtlich ihrer Genesung und ihrer Zukunft aufkommen. Am 28. Juni kehrte Prinzessin Anne zur Erleichterung ihrer Familie und der Öffentlichkeit nach Hause zurück. Bevor sie ihre königlichen Pflichten wieder aufnehmen konnte, musste sie sich gründlich erholen und ärztlich untersucht werden. Für die königliche Familie, die bereits mit dem Gesundheitszustand von Charles d'Atrane und Catherine zu kämpfen hatte, war diese Unterbrechung ein schwerer Schlag. In einem Interview mit dem Telegraph betonte der Königskritiker Richard Fitzwilliams die Bedeutung von Prinzessin Anne für die königliche Familie. Er sagte, Anne sei geerdet und für die Institution lebenswichtig. Ich denke, die Institution braucht sie. Die Öffentlichkeit und die königliche Familie respektieren sie. Kon mot moi longai kack. Die Feindseligkeit des britischen Königshauses mit Prinz Harry und Meghan Markle. Ihre Beziehungen bleiben angespannt. Neue Ereignisse verschärfen den Familienswist im Jahr 2024. Die Krebsdiagnose von Catherine, Prinzessin von Wales, unterstrich diesen Streit. Berichten zufolge erfuhren Prinz Harry und Meghan Markle von Catherines Zustand über ihre Posts in den sozialen Medien. Viele fühlten sich entfremdet und waren enttäuscht von dieser Art der Benachrichtigung. Die Sussexes wurden bei einer großen königlichen Veranstaltung ausgelassen, was ihre zunehmende Entfremdung verdeutlichte. Prinz Harry erzählte Good Morning America im Februar 2024, dass die Krebsdiagnose von König Charles Dutton ihn schockiert habe. Harry eilte nach Großbritannien, um seinen Vater zu besuchen, nachdem er die Nachricht gehört hatte. Harry sagte, Ich bin in ein Flugzeug gesprungen und habe ihn so schnell wie möglich besucht und drückte die Liebe seiner Familie und seine Dankbarkeit dafür aus, Charles in dieser schweren Zeit zu treffen. Harrys Besuch verdeutlichte die Spaltung der Familie, da sein Bruder William, Prinz von Wales, ausgeschlossen wurde. Noch schlimmer ist, dass Prinz Harry im Mai 2024 anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Invictus Games nach Großbritannien zurückkehrte, ohne seinen Vater, König Charles Dutton, zu besuchen. Harrys Vertreter sagte gegenüber Page Six, dass Charles' hektischer Zeitplan der Grund dafür sei. Andere Berichte deuten auf einen problematischeren Besuch hin, der die anhaltenden Spannungen und logistischen Herausforderungen widerspiegelt. Die Geschichte der königlichen Streitigkeiten zeigte sich in ständigen Reibereien in der Beziehung. Die Abwesenheit der Sussexes bei wichtigen Veranstaltungen und die Probleme bei der Organisation intimer Familienkontakte deuten darauf hin, dass tiefere Probleme die Bande der königlichen Familie belastet haben. Die Entscheidung von Harry und Meghan, sich von ihren royalen Pflichten zurückzuziehen und ihre Erfahrungen zu teilen, hat die Beziehungen belastet. König Carl Dutton und Prinz Harry haben trotz dieser Schwierigkeiten Anzeichen einer Annäherung gezeigt. Am 1. Juli 2024 könnte Charles Harry, Meghan und ihre Kinder Archie und Lilibet in Kalifornien besuchen, sagen Insider. Nach zu langer Zeit will Charles den Streit beenden, so New Idea. Er soll das Haus von Harry und Meghan besuchen, um die Enkelkinder zu sehen. Charles' beabsichtigter Besuch demonstriert den Willen zur Wiedervereinigung. Trotz einiger tragischer Situationen in der königlichen Familie in diesem Jahr, sagen die Forscher für das Jahr 2024 viele positive Veränderungen voraus. William, der zukünftige König von England, bringt die meisten Verbesserungen. Bei der Verleihung des Earthshot-Preises in Singapur im November 2023 verkündete William einen dramatischen Wandel in seiner königlichen und wohltätigen Arbeit. Seine Worte im Telegraph verrieten den Wunsch, sich auf die Obdachlosigkeit zu konzentrieren. William möchte in den Bereichen, die er unterstützt, aktiver werden und nicht nur gönnerhaft auftreten. William wollte die Dinge verbessern und andere mit einbeziehen, wenn er es nicht konnte. Er wollte etwas bewirken und nicht nur zeremonielle Aufgaben erfüllen. Seine umfangreiche Arbeit im Bereich der Obdachlosigkeit brachte ihn zu dem Wunsch, eine direktere und persönlichere Wirkung zu erzielen. William warnte davor, sich zu sehr zu engagieren und aufmerksam zu sein, Konzentration aufrechterhalten. Er sagte, man könne nicht zu viel bewältigen und werde nicht die gewünschte Veränderung erreichen, wenn man sich überanstrenge. Mit diesem Ansatz verlagert er seine Zeit und seinen Einsatz auf weniger, dafür aber effektivere Dinge. Der Daily Express US berichtete, dass die Autorin des Blogs Royal Musings, Marlene König, sagte, dass Williams Strategiewechsel seine Krankenhauseröffnungen und öffentlichen Auftritte einschränken könnte. König sagte, dass Williams Wunsch nach diesem Schritt Teil einer größeren Bemühung sein könnte, die Monarchie relevanter zu machen, indem er sich auf spezifische Themen konzentriert, anstatt auf eine breite Palette königlicher Pflichten. Dieser Strategiewechsel wird nicht von allen begrüßt. Mitarbeiter von Wohltätigkeitsorganisationen und Kritiker befürchten weniger königliche Engagements. Einer Quelle des Daily Beast zufolge ist es in Großbritannien fast unmöglich, ohne einen königlichen Sponsor große Summen aufzubringen. Das königliche Mäzen-Artentum ist für die Mittelbeschaffung und die öffentliche Unterstützung von Wohltätigkeitsorganisationen von entscheidender Bedeutung. Königliche Persönlichkeiten Bei Veranstaltungen oder als Schirmherren können das Profil von Wohltätigkeitsorganisationen stärken und zu erheblichen Spenden führen. Zweitens impliziert der neue königliche Erlass Charles' Unabhängigkeit. Die Frauen des britischen Königshauses tragen bei diplomatischen Banketten und offiziellen Anlässen eine Schleife mit einem kleinen Porträt der Königin. Ehre, Hingabe und Respekt für den König liegen in der königlichen Familienordnung. Die Hierarchien der königlichen Familie haben sich weiterentwickelt. Frühere Orden der königlichen Familie zu Ehren von Königin Elisabeth II waren mit einem buttergelben Band mit verlängerten Enden versehen. Dieser Stil ähnelte der verstorbenen Königin. Catherine, Prinzessin von Wales und Camilla tauschten während des diplomatischen Empfangs 2023 die Orden der königlichen Familie. Die langen Enden wurden von den Ordensbändern der königlichen Familie entfernt. Es gab Gerüchte über eine Aktualisierung der Orden der königlichen Familie nach dieser geplanten, aber geringfügigen Änderung. Die Redakteurin von High Royal, Emily Nash, machte sich Gedanken über die Gründe für diese Änderung. Sie vermutete, dass die kürzeren Bänder eine Änderung des königlichen Familienordens bedeuten. Nash sagte voraus, dass der König die königliche Familienordnung von Camilla und Catherine durch seine eigene ersetzen wird. Mit den kürzeren Bändern steht ein Wandel bevor. Nash prognostizierte, dass die neuen königlichen Familienorden bis zum nächsten Jahr das Bild von König Charles der Träden enthalten werden. Die Hierarchien der königlichen Familie haben sich in der Vergangenheit geändert. Der Orden der königlichen Familie von Catherine, Prinzessin von Wales, von 2017 enthielt kein Elfenbein und verstieß damit gegen die Tradition. Prinz William, ihr Ehemann, setzte sich auf moderne Weise für die Erhaltung und die königlichen Traditionen ein. Da die Orden der königlichen Familie jetzt mit kürzeren Bändern versehen sind, könnte die Neugestaltung Ausdruck einer größeren Anstrengung sein, die Bräuche zu ändern. Ein zukünftiger Monarch könnte die königliche Ikonografie modernisieren, um Umweltbelange zu berücksichtigen. Die Änderung der Bandlänge könnte ein Vorläufer einer größeren Umgestaltung mit regierungsspezifischen Elementen sein. Drittens schlagen Analysten vor, dass Harry und Meghan im Jahr 2024 eine neue Marke einführen. Das Duo wurde nach seinem Rücktritt von den königlichen Pflichten im Jahr 2020 sowohl kritisiert als auch gelobt. Sie sind durch große Erfolge und Kontroversen vom Königshaus zur öffentlichen Person aufgestiegen. Einer der peinlichsten Patzer Hollywoods, wie die Hollywood Reporter berichtet. Die Unterhaltung und die öffentlichen Auftritte des Paares nach ihrem Rücktritt von den königlichen Pflichten wurden ins Lächerliche gezogen. Die Kritik unterstrich, wie schwierig es für die beiden war, ihr öffentliches Image zu verändern und gegen den königlichen Anstand zu verstoßen. Trotz der Kritik ist die Historikerin und Autorin Dr. Tessa Dunlop anderer Meinung. In Anbetracht der öffentlichen Aufmerksamkeit, die das Paar genießt, sagte Dunlop dem Mirror, dass schlechte Nachrichten auch gut sein können. Dunlop sagte, dass die umstrittene Medienberichterstattung über das Paar dafür sorge, dass es relevant bleibe. Insbesondere, wenn man die anderen prominenten Verlierer auf der Liste betrachte. Dunlop sagte, dass Harry und Meghan ihre Teilnahme an der Öffentlichkeit möglicherweise dauerhaft machen werden. Sie stellte die Frage, wie man Clickbait im Jahr 2024 aufrechterhalten könne. Ihre Beobachtung verdeutlichte den Kampf der Sussex-Familie, Medienaufmerksamkeit in dauerhafte Markenunterstützung und Publikumsbindung umzuwandeln. Dunlop sagte, mehr Kritik an der königlichen Familie könnte ihre Marke zerstören. Das Paar liebt das Risiko, aber sie warnte, dass sie ihre Marke im Jahr 2024 nicht vergeuden dürfen, wenn so viele Leute wollen, dass sie scheitern. Aufgrund der medialen Aufmerksamkeit könnten ihre öffentlichkeitswirksamen Kommentare und Aktionen Fehler verstärken. Mark Borkowski, ein Experte für Öffentlichkeitsarbeit, betonte die Bedeutung der Sussexes in diesem Jahr. Borkowski sagte Mail Online 2024, könnte für Harry und Meghan historisch sein, entweder um sich zu erholen und eine gute Methode zu etablieren oder um seine Aussage zu revidieren. Die öffentlichen und privaten Schwierigkeiten des Paares haben enorme Konsequenzen. Viertens, obwohl Beobachter voraussagen, dass Catherine 2024 mehr Auszeit brauchen könnte, stärkt ihr bescheidener Einsatz die königliche Familie. Catherine hat sich in ihrem Jahrzehnt als Königin drastisch verändert. Vom Neuling zum Oberhaupt der königlichen Familie hat sie Selbstvertrauen, Fachwissen und Leidenschaft für ihre Aufgaben entwickelt. In letzter Zeit ist sie mehr in Erscheinung getreten, was ihre königliche Stellung widerspiegelt. Die Kinder werden immer selbstständiger, sodass sie mehr Zeit für ihre königlichen Pflichten und persönliche Aktivitäten hat. In den letzten zehn Jahren hat sie sich deutlich verbessert. Catherine hat sich an ihre neue Rolle als Prinzessin gewöhnt. Aber sie hat jetzt einen starken Sinn für ihre Ziele und ihr Talent. Berufliches Selbstvertrauen und Erfahrung haben ihre Arbeitsweise gestärkt. Ihre Fürsprache und ihre Begegnungen mit der Öffentlichkeit zeugen von ihrem Bewusstsein und ihrer Hingabe. Catherines Einsatz für die psychische Gesundheit von Jugendlichen ist bemerkenswert. Ihr Engagement für dieses Thema geht über die Elternschaft hinaus und zeigt, dass ihr die Entwicklung der Kinder am Herzen liegt. Die frühkindliche Entwicklung legt den Grundstein für den Erfolg und das Wohlbefinden eines Kindes, so Catherine. Es ist ein weit verbreitetes Missverständnis, dass Catherines Interesse an der frühkindlichen Entwicklung aus ihrer Mutterschaft resultiert. Ihre Erfahrungen prägen ihre Ansichten, doch ihr Interesse an diesem Thema geht über ihre Familie hinaus. Catherine betont in ihrer Arbeit, dass nicht nur die Eltern die frühkindliche Entwicklung verstehen und behandeln sollten. Catherine wendet sich gegen das Konzept, dass sich nur die Eltern um die frühen Jahre kümmern sollten. Frühkindliche Erfahrungen sollten das Wohlbefinden junger Kinder fördern, sagt sie. Sie strebt einen systemischen Wandel für künftige Generationen an, indem sie sich auf die psychische Gesundheit und Entwicklung von Kindern konzentriert. Catherine verwandelt sich in der Nähe von Kindern. Sie verändert sich dramatisch. Ihre Augen funkeln. Ihr Gesicht strahlt. Und sie strahlt Freude und Engagement aus. Sie ist fasziniert von jungen Menschen und zeigt, dass sie Freude und Bedeutung in ihren Beziehungen findet. Catherines Karriere scheint das Wohl der Kinder zu beinhalten. Catherine ist natürlich und eifrig im Umgang mit jungen Menschen. Sie erzählt ihnen oft ehrlich und behutsam ihre Geschichten. Catherine fragte ein Kind, Warst du schon einmal hier? Als das Kind dies bejahte, antwortete sie, Ja, denn du machst so wunderbare Dinge und lernst die ganze Zeit, nicht wahr? Diese Interaktion zeigt ihr echtes Interesse und ihre Fähigkeit, sich in die Kinder hineinzuversetzen. Ihre Fragen regen die Schüler dazu an, über ihr Lernen und ihre Erfahrungen nachzudenken. Zeigte B, ob sie sich im Freien besser konzentrieren können. Sie weiß, wie wichtig es ist, junge Menschen anzusprechen und zu fördern. Im Laufe des letzten Jahres hat sich Catherine weiterentwickelt und an Popularität gewonnen. Ihre Bereitschaft, transparenter zu werden und ihre Individualität zu offenbaren, hat ihr öffentliches Image gestärkt. Je weiter ihre Karriere voranschreitet, desto aufgeschlossener wird sie. Früher wurde Catherine dafür gescholten, dass sie persönliche Details zurückhielt. Ihre Schüchternheit war in Anbetracht ihrer Berühmtheit unvermeidlich, ließ sie jedoch gelegentlich unnahbar erscheinen. In den letzten Jahren hat Catherine mehr von sich gezeigt, was ihr viel Beifall eingebracht hat. Wenn sie etwas von sich preisgibt und sich mit anderen austauscht, steigert dies das öffentliche Interesse und die Verbundenheit. Katharina ist sich ihrer Pflichten als königliche Gemahlin bewusst. Sie ist sich der öffentlichen und medialen Kritik bewusst, die mit den königlichen Pflichten einhergeht. Catherine und Prinz William sind sich der Notwendigkeit bewusst, sich an die Normen der königlichen Familie und ihre königliche Rolle zu halten. Catherine hat ihre Rolle und ihre Erwartungen verstanden, als sie in die königliche Familie einheiratete. Ihr öffentliches Leben wird ständig unter die Lupe genommen. Katharinas Anmut und Effizienz bei der Lösung dieser Probleme zeigen, dass sie die sich entwickelnde Rolle der Monarchie verstanden hat. Es ist allgemein bekannt, dass Prinz William Königin Elisabeth II bewundert. Er hat ihren Stil kopiert, nachdem er sie konsultiert und sich von ihrer langen Regierungszeit inspirieren lassen hat. Dies wirkt sich auf die königlichen Pflichten von William und Catherine aus. Die Monarchie muss jüngere Menschen anziehen, das wissen sie. Dieses Wissen treibt sie an, über soziale Medien und Fernsehdokumentationen mit dem Publikum in Kontakt zu treten. William und Catherine haben die Monarchie modernisiert, indem sie ihre Nähe und Zugänglichkeit betonen. Catharines Öffnung und ihr Engagement sind Teil einer größeren Anstrengung der königlichen Familie, sich für die Bürger einzusetzen. Öffentliche und Online-Gespräche zeigen, dass ihr Kommunikationsstil direkter und persönlicher ist. Das Upgrade beinhaltet mehr Videokommunikation und virtuelle Interaktionen. Catherine und andere Mitglieder des Königshauses werden sich möglicherweise verstärkt auf diesen Plattformen engagieren. Catharines neuste Videointerviews mit Schulkindern und Gemeindegruppen zeigen diesen neuen Ansatz. Diese Gespräche helfen ihr, einen Bezug zu ihrem Publikum herzustellen. In einem aktuellen Video sprach Catherine mit einem Kind über seine Familie und die Arbeit seiner Eltern. Als das Kind ein Bild zeigt, antwortet sie, oh ja, sehr gut gemacht. Hebe es nach links, damit wir es sehen können. Geschafft. Hervorragend. Seht euch das an. Sie wirkt aufgeregt und engagiert, was die königliche Familie sympathischer erscheinen lässt. Catherine und Prinz William haben seit Beginn ihrer Beziehung ihren Wunsch geäußert, ihre Kinder natürlich zu erziehen. Ihr Lebensstil und ihre Erziehungsentscheidungen für Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis zeugen von diesem Engagement. Die Royals haben sich bemüht, ihren Kindern ein Gefühl von Normalität und Stabilität zu vermitteln. Zu dieser Strategie gehört auch die Wahl der Schulen für ihre Kinder. Prinz George und Prinzessin Charlotte besuchten die Thomases Battersea Privatschule in London. Die Einschulung ihrer Kinder an dieser Einrichtung zeigt ihre Werte, insbesondere ihren Fokus auf eine vielseitige Ausbildung, die über die akademische Bildung hinausgeht. Akademische Fähigkeiten und das Wohlbefinden der Schüler zeichnen Thomases Battersea aus. Die Werte von Catherine und William passen zum Motto der Schule. Bekind. Freundlichkeit und emotionale Unterstützung ergänzen den strengen akademischen Lehrplan und ermöglichen intellektuelles und emotionales Wachstum. Die zunehmende königliche Rolle von Prinz William und Catherine hat zu immer größeren und wichtigeren Projekten geführt. Ihre Unternehmungen repräsentieren ihre Leidenschaften und können von Bedeutung sein. Prinz William konzentriert sich in absehbarer Zukunft auf den Earthshot Prize, ein führendes Umweltinnovationsprogramm. Der Earthshot Prize 2021 sucht nach kreativen Lösungen für die größten Umweltprobleme unseres Planeten. Er soll sich in den nächsten zehn Jahren ähnlich entwickeln wie der Princes Trust und die Duke of Edinburgh Awards. Die fünf Earthshots des Earthshot Prize zielen darauf ab, die Natur, die Luft und die Ozeane zu verbessern. Das Ausmaß des Earthshot Prize zeigt, wie sehr sich William für Umweltfragen und den globalen Wandel einsetzt. Catherine hat Projekte mit großer Wirkung ins Leben gerufen, bei denen sie ihre Leidenschaften und ihre beruflichen Verbindungen genutzt hat. Sie ist für ihre Führungsqualitäten und ihre Wirkung anerkannt worden. Als Schirmherrin der National Portrait Gallery hat sie im Frühjahr 2020 den Wettbewerb Hold Still ins Leben gerufen. Gesucht wurden Fotos von Covid-19-Schließungen. Sie sollten die Pandemie und ihre Auswirkungen auf das Leben anschaulich darstellen. Hold Still wurde über die Fotografie hinaus bekannt. Es dokumentierte die Schließung kulturell und historisch. Viele Beiträge wurden eingesandt, darunter bewegende Fotos von Familien, die sich an die neue Realität anpassen und von Mitarbeitern des NHS und der Sozialfürsorge, die hart arbeiten. Catherine bewies BI diesem Projekt ihre Fähigkeit, die Stimmung des Publikums einzufangen und eine beeindruckende Ausstellung zu gestalten. Innovatives Aussehen und Inhalt zeichneten die Ausstellung Hold Still aus. Die erste virtuelle Fotoausstellung ermöglichte die weltweite Teilnahme und den Zugang. Diese Methode zeigte Catherines Anpassungsfähigkeit und ihre Fähigkeit, ihre Talente wie die Fotografie zu nutzen, um aktuelle Themen anzusprechen und das Publikum zu begeistern. Camillas und Catherines Beziehung wird sich verbessern. Camilla hat Catherine BI ihren königlichen Pflichten mit ihrer Kompetenz und Bodenständigkeit beraten und unterstützt. Camillas Außenseiterperspektive hat die königlichen Pflichten beleuchtet und ihr wertvolle Einblicke gewährt. Wie sie musste sich auch Catherine an das königliche Leben anpassen und gleichzeitig ihre Identität bewahren. Das ist ihr dank ihrer Unverwüstlichkeit gelungen. Catherine schätzt Camillas Witz und ihre sozialen Fähigkeiten. Catherine mag sich mit Camilla, einer lebhaften, freundlichen Dame, wohl und verbunden gefühlt haben. Ihre Leichtigkeit und Ehrlichkeit in der Öffentlichkeit zeugen von ihrer Freundschaft. Catherines Selbstvertrauen im Beruf und ihr Wohlbefinden sind dank Camillas Unterstützung gewachsen. Catherine ist von der Anpassungsfähigkeit und der Anmut der Königin Gemahlin inspiriert. Öffentliche Auftritte während des Lockdowns zeigen ihre Nähe und ihren Respekt. Ihre Zusammenarbeit ist für ihre Wettbewerbsneutralität bekannt. Camilla und Catherine arbeiten zusammen, ohne zu konkurrieren. Ihre Interaktionen zeigen oft Ausgeglichenheit und wenig Konflikte. Die ersten öffentlichen Auftritte von Prinz Charles und Prinzessin Diana waren zielgerichtet und kooperativ. Auch ihr gemeinsamer Humor verbindet sie, Camilla und Catherine scherzen. Ihre witzigen Sticheleien und ihr Konkurrenzdenken bei gemeinsamen Auftritten zeigen dies. Im Frühjahr 2020 spielten sie in Galway gälischen Fußball. Ihr freundschaftlicher Wettstreit und die lebhaften Diskussionen darüber, wer den Hörlingstick in der Hand hatte, zeugten von ihren sportlichen Interessen und ihrer Freude an der Öffentlichkeit. Sie geben zu, dass sie in der Schule und an der Universität konkurrieren. Ihre Ehrlichkeit steht im Gegensatz zu den eher zurückhaltenden Mitgliedern der königlichen Familie. Catherines und Camillas öffentlicher Sportgeist macht sie menschlich. Sechstens. William und Catherine spielen König und Königin auf dramatischere Weise. Nationale und globale Themen verleihen der Monarchie mehr Bedeutung. Während die königliche Familie vereint ist, beherrschen politische Konflikte und tägliche Scharmützel die Schlagzeilen. In unsicheren Zeiten bietet die Monarchie, insbesondere William und Catherine, Stabilität und ansprechende Werte. Die Aufgaben von William und Catherine änderten sich nach ihrer Heirat, als sie sich auf ihre königlichen Pflichten vorbereiteten. Ihre hochkarätigen diplomatischen Aufgaben zeigen ihr weltweites Engagement. Die jüngsten Maßnahmen zeigen ihre wachsende Autorität und ihre königlichen Pflichten. Ihre hochrangige Pakistan-Reise spiegelt ihren wachsenden Ruhm wieder. Diese Reise war wichtig, um die Landschaften und Herausforderungen des Landes zu verstehen. Sie setzen sich mit verschiedenen Gruppen und Problemen auseinander, um die internationalen Beziehungen, den Klimawandel und die ökologische Nachhaltigkeit zu fördern. Die Diplomatie von William und Catherine geht über das Reisen hinaus. Ihr globales Engagement ist offensichtlich. Da das Interesse der Jugend an Klimawandel und Umweltbewusstsein zunimmt, sind ihre Bemühungen von entscheidender Bedeutung. Die Prominenz des Paares fördert wichtige Botschaften und Maßnahmen. Ihre Konzentration auf globale Belange ergänzt die dringende Notwendigkeit, Ressourcen zu schützen und Umweltbedrohungen zu bekämpfen. Ihr Wert steigt in einer geteilten Nation. Trotz politischer und sozialer Spaltungen vereint die Monarchie und gibt ihr Sinn. Indem sie vereinen und inspirieren, demonstrieren William und Catherine diese Kompetenz. Ihr Engagement für diese Anliegen ist offensichtlich. Sie werfen wichtige Fragen auf und tragen zum weltweiten Diskurs über die Zukunft unseres Planeten und die Notwendigkeit eines schnellen Handelns bei. William und Catherine setzen sich für die Modernisierung der Monarchie ein und unterstützen das weltweite Umweltbewusstsein und die Nachhaltigkeit. Die Monarchie will mit ihren diplomatischen und globalen Aktionen in der Öffentlichkeit präsent bleiben. Ihre Bereitschaft, schwierige Themen anzugehen, zeugt von einem vorausschauenden Denken, das für das Überleben der Monarchie in einer sich verändernden Welt entscheidend ist. Ihre diplomatischen Reisen Anfang 2020 nach Israel, in die besetzten palästinensischen Gebiete und nach Irland zeigen ihr Engagement. Diese Einsätze bereiten die Schüler auf Berufe vor, die Kenntnisse in Weltpolitik und internationalen Beziehungen erfordern. Die Engagements gehen über Formalitäten hinaus. Sie trainieren für eine königliche Führungsrolle durch strategische Diplomatie und internationale Kontakte. Ihr Wissen und ihre Einsicht in komplexe geopolitische Fragen während dieser Reisen zeigen ihren Wunsch, sensible diplomatische Verpflichtungen als Könige zu erfüllen. Die Monarchie, die auf die Anwesenheit des Volkes angewiesen ist, hatte es während des Covid-19 schwer. Da sie nicht mit den Bürgern in Kontakt treten konnten, musste sich die königliche Familie anpassen und während der Abriegelungen sichtbar bleiben. William und Catherine waren bei ihrer Aufgabe flexibel und kreativ. Der Herzog und die Herzogin von Zoom und Skype traten in der Öffentlichkeit über virtuelle Plattformen auf. Während des Ausbruchs nutzten sie die Technologie, um trotz der Abriegelung ihre königlichen Pflichten zu erfüllen. Diese Anpassung war notwendig, um die Sichtbarkeit und Stabilität unter Unsicherheit und Schmerzen aufrecht zu erhalten. Sie lobten und unterstützten Ärzte, Hebammen und Lehrer online im Namen der Nation. Diese virtuelle Kommunikation zeigt die Bemühungen der Könige, in Krisenzeiten Trost zu spenden, König George VI. Und die Königinmutter, die das vom Blitz zerstörte East London besuchten, werden oft verglichen. Ihre Stärke und Freundschaft waren offensichtlich. Die virtuellen Aktivitäten von William und Catherine versicherten der Öffentlichkeit, dass die Monarchie aktiv war und die Nation in schwierigen Zeiten unterstützte. William und Catherine waren sich der Rolle der Monarchie für Stabilität und Moral bewusst und versuchten daher, während des Ausbruchs der Katastrophe die Helfer an der Front zu mobilisieren. Sie erkannten die Krisenhelfer an und unterstützten sie, was die Relevanz und Beweglichkeit der Monarchie zeigte. Eines der ikonischsten Fotos vom Lockdown war das von Prinz William, Catherine, Prinzessin von Wales und seinen drei Kindern, die sich am Donnerstagabend vor ihrem Haus dem landesweiten Applaus für die Pflegekräfte anschlossen. Dieses Emblem der Einheit und der gemeinsamen Erfahrung wurde gezeigt, als die Nation den Fachkräften des Gesundheitswesens in der Pandemiezeit gedachte. Für William und Catherine ging diese Geste über eine öffentliche Zurschaustellung hinaus. Sie bewies ihre Führungsqualitäten und ihre Rolle im Kampf der Nation. Catherine sprach über die Schwierigkeiten, die sie in der Haft hatte, einschließlich der langen Isolation von ihrer Familie. Ihre Ehrlichkeit in Bezug auf das Fehlen ihrer Familie machte deutlich, dass sie sich in dieser seltenen Zeit mit den Menschen verbunden fühlte und ihre Gefühle teilte. Diese Offenheit half der königlichen Familie und den Bürgern zu erkennen, dass sie gemeinsame Probleme haben. Über die zeremoniellen Verpflichtungen hinaus war die Monarchie während der Pandemie auch moralisch führend. Die Königin, Prinz Charles, Camilla, William und Catherine waren stark und unterstützend. Sie stabilisierten die Nation und überzeugten sie davon, dass eine starke und liebevolle Führung sie durch ihre Prüfungen führte. William und Catherine waren wichtig für die Reaktion der königlichen Familie vor und nach der Abregelung. Ihre Initiative und Führung haben die Königin und Charles getröstet. Als zukünftige Könige und Königinnen hat ihre Fähigkeit, mit Menschen zu kommunizieren, Berühmtheit zu erlangen und Hindernisse zu überwinden, das königliche Vertrauen gestärkt. Ihre Widerstandsfähigkeit und Vorbereitung zeigen die Relevanz der Monarchie und ihre Fähigkeit, aktuelle Probleme anzugehen. Ihre epidemische Führungsrolle hat die feinfühlige Diplomatie hervorgehoben. Indem sie zugänglich und engagiert waren, haben William und Catherine das Vereinigte Königreich im Ausland bekannt gemacht. Ihre öffentlichen Initiativen haben die diplomatischen Beziehungen aufrechterhalten und das globale Engagement des Vereinigten Königreichs gezeigt. Catherine wurde zunächst als leeres Gefäß betrachtet, das nur bei Zeremonien in Erscheinung trat. Doch die Pandemie offenbarte ihre Tiefe und ihr Talent. Sie wurde in eine bürgerliche Familie in Bucklebury hineingeboren, besuchte das Marlborough College, verbrachte ein Zwischenjahr und machte ihren Abschluss an der St. Andrews University, was ihren Charakter und ihre königlichen Pflichten prägte. Catherines Talent und harte Arbeit haben ihre Schüchternheit und ihren Ehrgeiz, sich in der Öffentlichkeit zu verbessern, überwunden. Im Laufe der Jahre hat sich Catherine in aller Ruhe auf ihr AMT eingestellt. Catherine hat ihr königliches Debüt nicht mit Ruhm, sondern mit Vorsicht angetreten. Sie gewöhnte sich langsam an ihre neue Aufgabe, lernte und verbesserte sich. Diese vorsichtige Herangehensweise stand im Gegensatz zu der schnellen und öffentlichkeitswirksamen Wirkung königlicher Führungspersönlichkeiten. Insbesondere angesichts ihrer strengen Kontrolle und hohen Erwartungen. Die königlichen Karrieren von Catherine und Diana waren dazu bestimmt, sich zu unterscheiden. Dianas Eifer und ihre fantasievolle Herangehensweise an die königlichen Pflichten inspirierten Catherine. Catherine hat sich ihre eigene königliche Persönlichkeit geschaffen, ohne Diana zu imitieren. Da sie ihre Rolle kennt, hat sie sich auf natürliche Weise weiterentwickelt, anstatt zu beeindrucken. Ihre Verjüngungskur zur Prinzessin von Wales hat sich verzögert. In Anbetracht der Verbindung zu Diana und der hohen Erwartungen, die an Princess of Wales geknüpft waren, mag sie überfordert gewesen sein. Catherine hat jetzt Selbstvertrauen und fühlt sich in ihrem Beruf wohl. Ihre Zielstrebigkeit und Bereitschaft für die Aufgaben der Königin haben zugenommen. Catherine hat sich sorgfältig auf das Königtum vorbereitet. Sie hat sich über ihre königlichen Pflichten informiert und sich für Dinge eingesetzt, die ihr am Herzen liegen. Ihre frühkindliche Entwicklung und ihre Arbeit bei Hold Still zeigen, dass sie sich für wichtige Dinge einsetzt. Diese Bemühungen haben sie auf ihre künftige Aufgabe vorbereitet, indem sie sich auf Bereiche konzentrierte, die Auswirkungen haben. Kate Middleton, damals noch Catherine, wurde mit ernster Miene auf dem Oberdeck eines Busses in Chelsea sitzend gesehen. Dieses Kunstwerk zeigt sie in Ruhe nachdenklich und vielleicht mit Zukunftsfantasien. Das Bild ist ein Vorgeschmack auf ihre öffentliche Aufmerksamkeit, ihre große Verantwortung und ihre Wirkung. Catherines Entwicklung von der Introvertierten zur Prinzessin von Wales und Königin Gemahlin veranschaulicht ihre Anpassungsfähigkeit. Ihr Übergang von der Universitätsstudentin zum Mitglied der königlichen Familie dauerte Jahre. Ihre Rolle hat sich seit ihren Anfängen in der königlichen Familie weiterentwickelt und sie ist heute eine wichtige Stütze der Monarchie, die ihre öffentlichen Aufgaben mit der Wahrung des königlichen Images in Einklang bringt. Die königliche Familie profitiert von Catherines Charme, ihrem öffentlichen Auftreten, ihrer Eleganz und ihrem Engagement. Da ihre Handlungen und ihre öffentliche Meinung das Image der Monarchie beeinflussen, ist sie sehr vorsichtig. Sie hat die Werte und Normen ihrer Rolle im Auge behalten und gleichzeitig ihre eigenen Fähigkeiten eingebracht. Eine lange Ausbildung hat sie auf die königlichen Aufgaben vorbereitet. Von ihrer frühen philanthropischen Arbeit bis hin zu öffentlichkeitswirksamen Initiativen hat Catherine an Selbstvertrauen und Können gewonnen. Diese Vorbereitung hat ihr geholfen, ihre Arbeit mit Anstand zu bewältigen, sodass sie einen Beitrag zu Wohltätigkeitsveranstaltungen und öffentlichen Auftritten leisten kann. Was denken Sie über die Entwicklungen in der königlichen Familie 2024 und den Optimismus von Catherine und William? Hinterlassen Sie unten einen Kommentar. Ich hoffe, Sie fanden dieses Video hilfreich. Wenn Ihnen der Kanal gefällt, liken, teilen und abonnieren Sie ihn. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.